Aber diesmal müssen wir uns erst mal wieder zu dritt treffen und ich darf euch nicht dummheitshalber töten. Ich glaube ich habe eine Drago noch. Kron, alles klar. Kron, 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 Kron. Kron, da ist es. Jonas, ich habe mal hier gespawnt. Ja, das ist nicht zu weit weg. Ja, ich habe hier ein AKS-Sniper. Ach, du bist das. Oh, Alter. Aber dann ist es ja ohne Munition, auch mit Munition sogar. Also Respawn, oder? Ja, was? Du bist doch hier bei mir. Ich bin bei dir. Ich habe auch noch mal eine M8-Kompakt. Ach, ihr seid alle hier. Ich glaube, ich bin am besten ein Sniper, das ist mir eine Kusse voraus. Oh, ich habe doch was gehört. Ich wusste, dass ich was gehört habe und dann kann jemand hoch. Oh, Mann. Okay, wir fahren lieber mal eine Straße, entlang. Gibt Stoff. Das ist lustig, dieses Auto gibt es eigentlich nur so als Deko bei Daisy. Beim normalen Daisy zumindest. Ja, ich weiß. Alter, das ist ein bisschen. Ja, ich weiß. Wow. 100 kmh, 100 plus. Ich lauf schneller. V-Tech. Oh, das ist wirklich schnell. Drifts. Wolltest du jetzt die SvD selber behalten? Was für SvD? Ja, ja. Ich habe nur noch eine, leider. Oh, wir haben geschossen. Jo. Mein Gott, ich fahre auch Premium. Ich bin aus. Ich bin tot. Ja. Mk-17-Sniper SD von 40 Meter. Er ist direkt in der Nähe. Versuch dich mal zu töten. Der hat eine Mk-17-Sniper. Ja, ich bin schon weg. Ich spawne auch immer direkt bei euch, ne? Ich spawne auch immer direkt bei euch, ne? Wo seid's hier? Ach, du bist du. Auto. Geh mal irgendwo hin, wo ich snipen kann. Weg ein. Leut. Ey, du bist ja um. Ah. Tschüss, guck mal, wie weit der geflogen ist. Ja, ich bin fast ins Wasser geflogen hier. Ich hab's grad. Ich bin grad nicht so aus. Wie weit ist der weg geflogen? 500 Meter. Alter, halben Kilometer. Jetzt kann ich wieder nur noch random spawnen. Hier wird direkt geschossen bei mir. Oh ja, da unten bist du. Ey, ich bin da reingefahren. Auf einmal kommst du aus der Ecke da raus. Oh. Wie du geflogen bist. Gehst du auch mit so einer riesen Geschwindigkeit da rein. So geil, ey. Ich bin doch grad so ausgewichen. Ich seh's, wie wir grad so reindüsen. Geh einen Schritt nach links, ja? Ey, ich hab so ein Scheißglück. Oh, scheiße. Ich mach einfach Spray. Ey, wollen wir jetzt vielleicht mal zur Burg? Weil ich hab so das Verlangen, Leute zu töten. Ja, wartet. Ich hab hier, glaub ich, jetzt nach... Ich wär's, wenn wir uns so einen Bunker mitnehmen und direkt davor aufstellen. Ja, wenn, wenn ihr... Ich meine gerade, ich hab eine Sniper gefunden. Wenn jemand was sterben muss. Und zwar, was für eine? Und zwar... Einmal eine Small hab ich gefunden. Und einmal eine SK-12. Alles klar, erstmal AS-50 rausholen. Alles klar, erstmal S-O-D rausholen. Wo und wo? Alles klar. Ah, da hinten, in der Military Base, da hab ich gesehen. Ich hab diese... Warte, warte, ich verschießen, ich verschießen, ich verschießen. Nein, ich verschießen. Warte, One-Shot. Achtung! Auf Ansage! Wo, 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 wo? Headshot tot. One-Shot. Da läuft aber noch einer. Ey, weg da! Sorry. Scheiße. Einfach ein paar Zentimeter zu niedrig. Mit S-O-D kamen kann man nicht zeroen? Was hast du für ein Scheiß? Du hast ein eingebautes Zeroing in der Waffe eigentlich. Wenn du damit umgehen kannst. Auf 500 Meter One-Shot sagst du? Wo, 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 wo? Hab ich grad... Nein, hab ich doch grad gemacht da hinten. Ja, aber wo sind die... Jonas hat doch gesagt, da läuft noch einer. Ja, in der Basis da. Da war noch einer. Meine AK hat einen S-O-D-Scope, lol. Ja, wie gesagt. Was hast du denn da in der MK-17 oder was? Oder eine M-16? Ich hab dieses M-16 hier, die MK-12 SPR. Boah, laufe nicht vor mir rum, bitte. Da ist einer, da ist einer. Da, 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 da. Ähm, 220 Grad. Was wollen sie vor mir... Ah, da, ich sehen. Ich hab ihn grad schon wieder aus den Augen verloren. Ich hab ihn Fuß geschossen. Wo ist er? Der Maure, jetzt gekrabbelt. Jetzt, äh, da ist er. Ah, das steht da. Wo denn? Der ist, ähm... Happen, Happen, Happen. Nein, da ist er nicht. Da, da, jetzt sehe ich ihn. Ich bin der schlechteste, das mehrfach von allen. Wo ist denn der? Der ist jetzt hinter die Scheune gelaufen. Hinter die Scheune? Jo. Nee, dann ist es der aber nicht. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Rückstrahlzone frei! Ich verschwende diese Munition. Oh ja, der, der krabbelt wieder weg. Den? Sag bescheid, wenn ich ihn getötet hab. Ich seh ihn immer noch nicht. Sag mal wo, von der Scheune. Von der Scheune, na. Direkt in uns. Da ist er. Gibt's doch nicht. Ach, da. Er ist tot. Wir haben einen anderen gemeint. Der hinter der Scheune ist noch einer. Der Scheune aber noch jemand. Mhm. Hier. Da, in der Scheune drin. Ja, da in der Scheune drin. Ja, da in der Scheune drin. Soll ich aus 50 raus sollen? Ja, komm. Mhm. Erstmal aus 50 raus sollen. Ja. Komm, ich mach jetzt YOLO, Sturmkommando. Halb sechs in Deutschland, AS50 zahlt. Da krieg ich da. Ich will nicht sehen, ich seh'n und. Bam, einer. Ah, du doofkopp. Ich wollt gerade. Nein, da lebt ein. Nein, nee, ich dachte, der Zug noch. Ich halt viel zu hoch. Ja, AS50. Ich hab' beschossen, ich hab' beschossen, ich hab' beschossen. Der Schuss? Woher? Keine Ahnung. Ungefähr von der Scheune. Irgendwem hab' ich ins Bein geschossen, auf jeden Fall. Echt? Äh, warte, hast du ihn gesehen, oder was, an der Scheune? Also, in der Scheune, den, den wir gesehen haben, den hab' ich getötet. Ja, aber, ja. Gerade wurde noch geschossen. Ja, gerade wurde noch geschossen, ja. Ich, keine Ahnung, von wo. Oh, ich, da drüben ist, da läuft einer. Ähm, Richtung... Sag eine Grazal. Jetzt auf der Straße. Grazal. Den hab' ich gleich. Auf der Straße, einfach. Ja, da läuft. Ey Leute, ihr müsst auch mal... Ich wurde von irgendwo beschossen. Ja. Ja, läuft einer, Leute, ne? Ja, wo ist da? Was hältst du mal... Äh, links von der Straße. Ja, sag mal in Grazal. Drück K und dann sag uns in Grazal. Südwesten. Südwesten. Was halten die jetzt hin? Der ist hinter dem Bullschtlauch. Der ist am LKW. Warte, warte, warte. Ja, aber der hat nicht auf was geschossen, wenn jemand anders schießt die ganze Zeit bei uns. Aber den hol ich uns trotzdem. Der ist im LKW. Was machst du denn? Lauf doch nicht von meiner Waffe entlang, du Kleiner. Ey, jetzt hab ich die SVD verloren. Ja, warum läufst du von mir entlang? Du weißt doch, man läuft nicht von... Hast du ausgeschossen? Bitte? Äh, nein, ich bin nicht vor dir gelaufen. Hast du vom Bunker rausgeschossen? Ja. Ja, du kannst dich aus dem Bunker rausschießen. Natürlich kann ich aus dem Bunker rausschießen. Hab ja vorher auch gemacht. Oh, du Lappen. Ich bin Lappen, genau. Aber so bist du Lappen. War doch gar nicht vor dir. Ja doch. Ich muss jetzt nochmal mit der SVD zurückkommen, der SVD hätte getroffen. Von Christian und meine SVD. Nee, der SVD hab ich gerade so noch in meinen Rucksack. Ich schau mal, ob ich den Heli krieg. Hier ist AS-50, die sind in meinem Rucksack. Glaube ich. Ah, okay. Ich seh, ich seh gerade, wo das... Nein, Kamini, geh mal zurück. Ich seh voraus. Geh mal irgendwo zurück. Von dem Feld da zurücklaufen, wo du gerade hergekommen bist. Hier bin ich. Scheiße, ich kann nicht mehr die spawnen. Er startet gerade den Flieger. Nee, ich bin jetzt woanders gespawnt random. Boah, wir müssen wieder respawnen. Ich mach nochmal respawnen. Ich will zur Burg. Scheiße, wenn es vor dem in der Burg ist noch eine gegangen. Hab ich eine? Ja, ich hab meine AS-40 noch. Ich hab die Drahtze noch weggepackt. Ja, ich hab den Hohensohn zerschmettert. Wer ist denn MK-The-Freak-03-Sepp? Tja. Jonas? Was? Wer ist denn MK-3-The-Freak-099-Sepp? Wer ist das denn? Ja, würde ich gerne wissen. Ja, weiß ich doch nicht. Warum? Auf Steam. Wieso? Er ist auch bei uns im Clanen, glaube ich. Ja, er ist ja bei uns im Clanen. Weil er... Was weiß ich. Nein, ist er nicht. Hä? Wer ist das überhaupt? Hä? Wer ist das? Weiß ich nicht. Wieso? Weiß ich nicht, weil der... Ich hab ihn in der Freundesliste drin. Vielleicht hat er sich unbenannt. Ist jemand, der sich unbenannt hat? Schickt mir irgendwelche Links ein. Der ist nicht in der JGC-Gruppe drin. Deswegen weiß ich nicht, von wo er mich kennt. Kron, ich bin nicht bei dir gespawnt. Genau hinter dir. Nein! Nee, Spaß. Nee, Spaß. Hat er noch richtig geschossen? Ja. Hey, der war knapp. Ich bin bei Jonas gespawnt. Hey, der ist schon hier, Marshal. Da will ich ja gar nicht hin. Wir sind jetzt alle drei hier. Dann holen wir jetzt ein Auto und fahren zum Punkt. Da kann ich schon nicht laufen. Ja, los jetzt. Wer kommt denn auf die Idee, vor mir herzulaufen, wenn ich sage, nicht vor mir herlaufen? Das weiß ich nicht. Ich war gar nicht. Ich war schon wieder weg von dir. Ja, doch. Nicht. Naja, dann nicht. Also, die Moral aus der Geschichte, den Raketenwerfer, vor mir laufen darf man nicht. Moral aus der Geschichte, mit Raketen aus der Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Vor mir laufen darf man nicht. Das ist besser. Besser geworden. Moral aus der Geschichte. Geschichte, vor mir laufen darf man nicht. Ja, genau. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Auto und dann können wir zum Boot fahren. Da steht ein Auto. Das will ich aber nicht. Das sieht scheiße aus. Nein, nein, nein. Da liegt die Linie auf der Straße. Fahr da direkt durch. Mein Auto. Mein Auto. Mein Auto. Mein Auto. Wer schießt da? Ich. Weil er zuerst geschossen hat. Okay, das Auto ist kaputt. Scheiße. Tag aus. Ey, warte, warte, warte. Meine Güte. Ey, das ist nicht dein Ernst, ne? Ich sehe viel rauskass. Georg? Was? Ich sag gleich allen meinen Leuten deinen Steam-Namen. Irgendjemand hat gerade auf... Irgendjemand schießt auf mich. Ein Tot. Oh. Aus der Scheune. Ne, nicht aus der Scheune. Vor der Scheune. Georg, Georg, Georg. Ja, dann sag dir meinen Steam-Namen. Äh, Georg? Jetzt wird irgendein armer Georg ohne die zugespampt. Bitteschön, ne? Ich hab dich gerettet. Und gerecht. Mich? Mich? Ich hab irgendwen erschossen, der auf euch geschossen hat. Ja. Ne. Wisst du überhaupt? Hier sind zwei Sitzern schneller. Komm, wir wollen es sehen. Nein, 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 stopp! Warte mal kurz, ich hab hier gerade eine V-Sitz-Motorrad gefunden. Ja! Ohne Munition. Mit Munition. So, wer einer von euch da kann jetzt bei mir wünschen? Ich hab ein schnelles Auto gefunden, ich fahr jetzt super. Also ich bin jetzt gehst du zum Motorrad. Ja. Komm bei mir rein. Ja, warte, dann fahren wir nach Kohlen. Oh, wir werden geschossen, wir werden geschossen. Oh, wir werden geschossen, Georg. Du Lappen. Wir werden aber wirklich geschossen. Scheiße, ich hab dich auch getroffen. Ich hab jetzt angefangen, du steigst bei mir ein und dann hauen wir ab. Hau ab hier. Alles klar, komm, steig ein. Ja, ich bin aber effig gespawnt. Andere Seite muss ich. Oh mein Gott. Jetzt wird sich wieder glorreich die Basis von den Stürmen. Wer schießt denn auf mich? Wer hat wieder Stress? Egal, steig schon mal ein. Steht nicht. Und zwar glorreich. Ich werde glorreich die Basis stürmen. Steig ein, geh, weiter vor. Und anschließend... Oh, du bist tot. Wer bei dir trägt? Egal, ich hab jetzt schnell... Ich hab erstmal eine SVD gefunden. Hättchen. Hättet mir meine Reifen zerschossen. Ja, komm hier, töte mich, du Stück Scheiße. Was haben wir noch? Da, schießt ja. Jetzt gibt's Ärger. Was ist denn bitte... Eine... Eine Munition. Äh, ha, 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 ha. Pau mal, es lohnt sich eigentlich ein FNF, weil eigentlich mit Standard machen wir ja auch One-Hit. Ja, kommt nicht jetzt auch die Munition an. Ja, aber halt in der FNF sind ja nicht 20 Schüsse drin. Und bei Standard 30. Ja, na und? Das macht ja die Standard-Magazine besser. Welches Kalt so haben wir denn? Das wollen wir nicht mal annähern von dieser Burg. Wir wollen immer bei dieser Militär-Base. Also ich hab jetzt ein Hami mit einer Granate von oben drauf. Boah, das ist ja eine Granate, du. Und bin direkt unter der Burg. Oh, ein bisschen ein Witz, boys. Du bist unter der Burg, oder? Lass dich nicht schwängern. Und dann war das hierб tables so haben. Ich hab mir auch einen Sprach ejemplo- Und dann sind die Boh Anfang der Brose. Vielen Dank.